Herr von Donner ist in direkter Linie Nachfahre des Bankgründers Conrad Henrich Donner, der 1798 das Bankhaus gegründet hat. Wir haben relativ viel zusammen zu tun, weil Herr von Donner ist gesellschaftlich, politisch engagiert, sozial engagiert mit vielen Themen. Herr von Donner ist Mitglied in unserem Beirat und wir haben uns gedacht, was gibt es eigentlich Schöneres, als bei so einer tollen Veranstaltung wie heute einen direkten Nachfahren zu haben, der die Beziehung auch zwischen der Familie und der Bank vital hält. Was auch nicht selbstverständlich ist und der dann bereit ist, mal ein paar Einblicke zu geben und das auch in der Perspektive, wie Unternehmer heute agieren und wie eine Familie Donner sich gedacht hat, sich auch zu engagieren. Was gibt es für Hintergründe dazu und wie ist man vorgegangen? Über 200 Jahre Familientradition im Geschäft und lieber Herr von Donner, wir freuen uns sehr auf Ihre Ausführungen. Wir lassen die Tür allerdings offen, weil diejenigen im Gesundheitsvortrag haben wir jetzt mitbekommen, das verzögert sich. Da kommen gleich noch ein paar Gäste. Haben Sie bitte Verständnis, dass wir die natürlich, wir haben immer eine offene Tür bei Donner, Reuschel, dass wir denen natürlich die Chance geben, auch noch den Vortrag zu hören. Ja, gerne. Vielen Dank, Herr Witt. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. München ist natürlich für mich so nicht unbedingt jetzt Heimspiel, aber ich werde mein Bestes geben und wie gesagt freue mich, dass ich hier sein darf. Ich wollte so ein bisschen mal einen Abriss machen über die soziale Verantwortung von Unternehmern. Die sind auch wahrscheinlich Unternehmer und haben so ein bisschen Ahnung, wie wir es machen müssen und deshalb fangen wir vielleicht auch mal einfach mit der Historie so ein bisschen an. Und da fange ich mal mit mir an. Ich bin der Siebte in der Reihe, Herr Fitz sagt es schon. Der Achte hat gerade bei Donner und Reuschel ein Praktikum absolvieren dürfen, also es ist mit den Konrad Hinrichs da an der Stelle vielleicht noch nicht Schluss. Der Erste lebte ja von 1774 an bis 1854 und 1798 dann im Grunde den Grundstein für dieses Geschäft gelegt. Das ist eine beachtenswerte Zeit und genauso beachtenswert muss es eigentlich sein, was die Familie dann über die vielen Jahre und Generationen geleistet hat an sozialem Engagement. Das ist ja der Erste. Hat man noch mal ein Bild davon. Da war ich schon ein bisschen älter. Das muss so um 1845 irgendwo gewesen sein. Das weiß die Bank aber viel besser als ich. Unsere Familie selber ist aus der Bank ausgetreten. Also mein Urgroßvater hat sich dann entschlossen, etwas Bodenständiges zu machen, sprich Land- und Forstwirtschaft im Schleswig-Holsteinischen. Damit beschäftige ich mich heute auch noch in großen Teilen und bin dankenswerterweise eben in dem Gesellschaftsbeirat von Donner und Reuschel mit integriert. Und was mir die Chancen gibt, eben auch die Tradition und Werte der Familie in die Bank hineinzutragen und sie dort zu erhalten. Und ich freue mich natürlich auch, dass die Bank mit der Iduna, Signal Iduna, eine wunderbare Mutter gefunden hat. Ja, wie kommt es dazu, dass man sich eigentlich sozial engagieren muss? Und das ist eine relativ einfache Angelegenheit, wenn wir mal zurückgucken, so 200 Jahre oder 300 Jahre in die Vergangenheit. Es gab eigentlich überhaupt keine staatliche Fürsorge. Und das war ein Riesenproblem an der Stelle. Es gab dann die ersten Sozialgesetze von Bismarck. Das war so um 1881, aber das war auch noch nicht so das Richtige. Keine staatliche Fürsorge. Ich weiß nicht, wer von Ihnen heute Morgen schon hier war bei Herrn Precht. Der hat dann auch gesagt, der einzige Staat, der heute das immer noch nicht hatte, sind die USA. Aber in Deutschland sollte sich das relativ schnell ändern. Insbesondere in Hamburg war das Geben von Wohltätigkeiten eigentlich ein Selbstverständnis des Großbürgertums. Das hing so ein bisschen damit zusammen, wie diese Unternehmen organisiert gewesen sind. Man hat dort im Grunde nicht nur die Mitarbeiter gehabt, die hat man ja auch gehalten im Grunde dann bis an ihr Lebensende meistens. Sondern man hat mit dem Mitarbeiter die ganze Familie des Mitarbeiters eingekauft. Das heißt, die Fürsorge der Unternehmen hat sich auch auf deren Kinder und Eheleuten erstreckt. Aber, dazu muss man immer sagen, diese Fürsorge hing natürlich maßgeblich davon ab, was für ein Unternehmer denn da auch gestanden ist an der Spitze dieses Unternehmens. Und da wissen Sie alle, es gibt solche und solche Menschen. Und bei dem einen oder anderen sind Sie vielleicht ganz froh, wenn Sie sich auf dessen Fürsorge nicht verlassen müssen. Ja, das sind die Ursprünge mit der staatlichen Fürsorge. Jetzt kommen wir mal auf die Beweggründe der Vergangenheit. Da gab es dann, jetzt muss ich einmal gucken, hier ist irgendwas durcheinander mit den Folien, aber das macht auch nichts weiter. Sehen Sie es mir nach, dass ich einmal kurz gucken muss. Kann der gleich ans Ende springen? Nee, nee. Das haben wir. Achso, okay, die haben das umformatiert. Okay, verstehe. Also, Arbeitslosigkeit und das, Sie müssen das verstehen, ich hatte in Hamburg nicht so einen Präsenter vor mir stehen und bin deshalb durch die Folie jetzt irritiert. Aber das ändert nichts am Inhalt. Arbeitslosigkeit sollte, Arbeitslosigkeit und Armut sollen durch ihre Hilfe zur Selbsthilfe und nicht durch Almosen bekämpft werden. Das hat Herr Lawetz gesagt. Wer ist Herr Lawetz? Und da kommen wir in die Ursprünge. Herr Lawetz war der erste Lehrherr von dem Konrad Hinrich, dem Ersten. Im Grunde so der Mann, der dem Donner das mitgegeben hat, was er in seinem wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Engagement im Grunde von der Picke aufgelernt hat. Lawetz selber war Kaufmann und Altonauer Senator, hat im Wesentlichen Warenhandel betrieben, aber war auch schon als Spediteur und Banker unterwegs und hat sich auch in Versicherungen getan. Das war eigentlich so ein ganz klassisches Geschäftsmodell für die Region seiner Zeit. Er war sehr sozial engagiert, hat sich 1807 aus der Firma zurückgezogen und hat dann ein Buch geschrieben, was sich jetzt 1815 erschien, mit dem Titel über die Sorge des Staates für die Armen und Hilfsbedürftigen. Das war, glaube ich, dann sehr prägend und daraus hat dann Donner eigentlich abgeleitet, was bedeutet Wohlfahrt in der damaligen Zeit und hat gesagt, natürlich einmal Respekt, Respekt dem anderen gegenüber, dem Menschen gegenüber, aber der Respekt auch den Sachen gegenüber, den Rechten gegenüber, den die Menschen haben. Es bedeutet aber eben auch, dass wenn man Wohltaten gibt, wenn man Wohlfahrt betreibt, dass man eben einen gegenseitigen Nutzen hat und dass man eben nicht etwas rein selbstlos tut. Dieser Gedanke, keine Almosen zu geben, der ist ganz wichtig gewesen und der war für Donner damals auch immer von Anfang an eigentlich ein Grundsatz. Er ließ zum Beispiel Forderungen, die an ihn gestellt worden sind für Hilfsleistungen von Zuwendungen, grundsätzlich in Hamburg oder in Altona damals noch von der Hauptkirche, von den Pastoren prüfen lassen und er hat gesagt, es muss auf einen fruchtbaren Boden fallen, dann gibt es was, ansonsten war er dann auch nicht bereit, dafür irgendwelche Zugeständnisse zu machen. Die Zuwendungen, wenn er sie dann gegeben hat, waren allerdings entsprechend großzügig. Ja, Nutzen für alle Teile, das war im Grunde so das Credo, was dahinter stand. Er hat dann einen Brief geschrieben, nachdem sie Breden E. gekauft hatten, das war das ursprünglich erste Landgut der Familie Donner in Schleswig-Holstein und da gab es einen Gutsinspektor, an den schrieb er dann wörtlich, ich suche mir in jedem neuen Verhältnis alle nötigen Kenntnisse zu verschaffen, damit ich die Rechte anderer respektieren, aber mich auch in den völligen Besitz der meinigen verbringen kann. Und das drückt eigentlich ganz deutlich aus, was er wollte. Er wollte, so wie in Hamburg heißt das der ehemalbare Kaufmann, sich verhalten, er wollte seine Gegenüber respektieren, aber er wollte natürlich durchaus seinen eigenen Nutzen haben. Dieser Ansatz ist, glaube ich, auch heute, wenn wir Wohlfahrt betreiben wollen, wenn wir uns sozial engagieren, muss das nach wie vor ein Grundsatz unserer Idee sein und ich halte das für ein hochmodernes Leitbild, was man nach wie vor eigentlich vollziehen soll. Hilfe zur Selbsthilfe kann niemals ein Almosen sein, darf es eigentlich auch nicht sein. Ja, mit welchen Methoden hat man das umgesetzt? Da wollte ich mal auf die Beispiele eingehen, die die Gründerfamilie so geleistet hat. Man hat sich aufs Schulwesen konzentriert, auf die Kirchen und später dann auch auf das Rentenwesen. Und da müssen Sie reflektieren, wir reden hier über einen Zeitraum von mindestens drei Generationen, in denen eben wahnsinnig viel passiert ist. Fangen wir mit der Bildung an. Das war eigentlich so das Erste, wo es losging. Die Altonaer Sonntagsschule, am Anfang sehr klein gewesen, hatte ein strukturelles Defizit. Da wurde dann also tatsächlich gesagt, nö, also das machen wir, das übernehmen wir. Die Schule konnte weiter wachsen, wurde immer weiter gefördert, bis dann im Jahre 1858 im Grunde kein Platz mehr, aber sie hatten dann 300 Schüler. Und daraufhin hat dann die Familie Donner tatsächlich ein ganzes Schulgebäude gebaut oder gekauft und eingerichtet und zusammen mit einem entsprechenden Fonds zur Verfügung gestellt. Und ab dann war diese Schulbildung als Institution dort vorgegeben. Sonntagsschulen waren in Altonaer, ich weiß nicht, wie es hier in Bayern gewesen ist, das waren Schulen, die sind eingerichtet worden für Kinder und Jugendliche, die bereits Geld verdienen mussten zu der damaligen Zeit und eben nur sonntags frei hatten und dann an diesen Sonntagen auch lesen und schreiben lernen sollten. Und diese Förderung dieser Bildung, die war sehr wichtig. Ich glaube, auch dieses Thema ist, wenn wir heute in unsere Gesellschaft gucken, nach wie vor ein brandaktuelles. Wir beklagen uns ja nicht umsonst immer über die schlechte Ausbildung unserer neuen Lehrlinge oder Praktikanten. Das hat man auch in Breden-Egleich übernommen, wo dann im Grunde auf der Dorfschule ein Rechentest eingeführt wurde und dann hat sich Donner einfach nach Altonaer die Ergebnisse liefern lassen, welcher Schüler denn jetzt am besten abgeschnitten hat. Das ist auch bemerkenswert. Ein Hamburger Kaufmann interessiert sich über die Schulleistungen von kleinen Kindern irgendwo 100 Kilometer außerhalb Altonas und wenn man überlegt, dass irgendwo so um 1800 das doch weit, weit weg war. Es gab keine Pkw, es gab keine Straßen und nichts dergleichen. Bildung spielte immer eine weitere Rolle, aber der Glaube hatte natürlich auch eine sehr große Bedeutung seiner Zeit. Es wurde dann in der nächsten Generation unter Bernhard Donner mit seiner Frau Helene einen Helenenstift, so heißt er heute, eingerichtet. Dort wurden Schwestern, Schülerinnen ausgebildet und dazu hat man dann eine Kirche gebaut. Die Kirche gibt es heute nach wie vor noch in Hamburg und wird auch großartig genutzt und besucht. Auch hier grundsätzlich immer wieder der Gedanke, das Ganze mit Geld auszustatten. Man hat also nicht einfach nur irgendwas hingestellt und hat gesagt, macht mal, sondern man hat auch im Grunde das notwendige Kapital bereitgestellt, um den Betrieb sicherzustellen. Man hat sich dann auch noch, vielleicht wesentlich, 1914 in schwierigen Zeiten an den Bau des Hamburger Kinderkrankenhauses beteiligt und dann gibt es unzählige kleinere Projekte, aber das sind so nennenswerte Sachen. Kirche, ich sagte das schon, spielte in der Vergangenheit immer eine sehr große Rolle, deshalb hat man sie auch stark unterstützt. Nach einem Krankheitsfall wurde dann hier, tatsächlich eine Kirche gebaut und gestiftet. Auch hier wurde die komplette Fahrstelle mit eingerichtet, vor dem Hintergrund, dass man gesagt hat, die muss ja auch bezahlt werden, die Kirche hat sonst kein Geld. Und daran, an all diesen Beispielen, muss man aber auch noch mal erkennen, was hat man denn noch gemacht. Man hat auch gesagt, wir wollen natürlich das nicht sich selbst überlassen, sondern man hat sich daran beteiligt. Man hat bei der Kirche beispielsweise in der Schenkungsurkunde tituliert, dass jede neue Besetzung dieser Fahrstelle abgestimmt werden muss mit einem Familienmitglied. Man hat bei der Sonntagsschule in der Stiftung, der ehemalige Fonds ist in eine Stiftung umgewandelt worden in der Zeit, da hat man bestimmt, dass wann immer der Vorstand besetzt werden muss, erstens muss einer aus der Familie mit dabei sein und zum Zweiten darf sie mitbestimmen. Diese Stiftung, wenn man sich überlegt, die ist 1858 ins Leben gerufen worden, existiert heute in Hamburg immer noch, fördert heute Maler und Lackierer auf dem Weg zur Meisterprüfung. Nach wie vor, glaube ich, auch eine ganz wichtige Sache. Die Ausbildung unserer Mitarbeiter, egal in welcher Branche, ist ein hohes Gut. Und es ist schön, dass diese Stiftung nach so langer Zeit immer noch existiert, immer noch tätig ist, immer noch den Namen trägt und ich dankenswerterweise auch im Vorstand sitzen darf. Ja, es ist alles eine sehr langfristige Angelegenheit. Was dann kam, 1909, 1906 eingerichtet, eine sogenannte Versorgungskasse für alle Mitarbeiter. Das war eigentlich neu. Man hatte ja gedacht, dass mit Bismarck und den Sozialgesetzen das alles besser wurde. Das ist nicht gewesen. Hier hat man im Grunde dann einen Pensionsfonds eingerichtet. Die Mitarbeiter wurden zwangsweise rekrutiert zur Einzahlung, so wie wir das heute auch kennen von der Rentenversicherung. Und dann waren sie am Ende ihrer Arbeitszeit, wer lebenslang gearbeitet hat, kriegte 80 Prozent seiner Bezüge für die Rentenzeit. Gut, die Rente fing später an und die Bedingungen waren alle schlecht. Aber es war ein Modell, was im Grunde eine hohe Fürsorge des Unternehmens darstellte, die der Staat nicht bereitstellte. Und nach zehn Jahren gab es schon 30 Prozent. Das ist dann für die damalige Zeit gar nicht so verkehrt gewesen. Sie sehen an diesen Beispielen der Vergangenheit, es ist viel passiert über eine sehr lange Zeit. Und das hat natürlich dann dazu geführt, dass der Name Donner in Altona einen ganz besonderen Klang bekommen hat. Und das schafft Verlässlichkeit und Vertrauen. Und das ist im Grunde das, was man machen muss. Und weshalb wir das tun? Es ist keine Selbstlosigkeit, sondern wir wollen damit im Grunde unsere eigene Reputation erhöhen. Ich hatte da nochmal geguckt, da habe ich jetzt keine Folie zu, was in München passiert ist. Bietet sich ja an, auch hier nochmal drüber zu sprechen. Das Bankhaus Reuschel ist ja erst, soweit ich das richtig informiert bin, nach dem Krieg gegründet worden. Und der Wilhelm Reuschel, einer der Gründer, hat sich sehr engagiert in einem Verein, der sich auch vor allen Dingen um Kinderspielplätze mit bemüht hat. Und ist dort 1961 dann auch in den Vorstand als Kassenwart mit tätig gewesen. Und auf seinen Betreiben hin wurde eben wohl doch erhebliches an finanziellen Mitteln hier bereitgestellt. Nun können Sie sagen, Kinderspielplätze, ja, ist ein wichtiger Punkt, weil wir leben in unserer Gesellschaft und wir brauchen das. Und nach dem Krieg war so gut wie alles kaputt. Und es ist gut. Und was ganz besonders an dieser Geschichte ist, und deshalb ist es so erwähnenswert, es wurden bis heute, Klammer auf, 2016, Klammer zu, neuere Zahlen habe ich nicht gefunden, über 3,5 Millionen Euro da gespendet, gestiftet und dann dem Stiftungszweck zugeführt. Es wurde gegründet seinerzeit als Verein und es gibt es heute nach wie vor, wurde 2002 umgewandelt in eine Stiftung, hat damit jetzt auch diesen Ewigkeitscharakter. Und das zeichnet eben dieses Engagement aus. Es findet etwas statt, was nachhaltig ist. Und Nachhaltigkeit ist immer ein ganz wichtiger Punkt, den wir brauchen. Ja, ich sagte schon, es darf nicht selbstlos sein. Es geht darum, Nutzen für alle Teile. Wenn wir das mal versuchen wollen, so ein bisschen auf die Zukunft, auf das Heute zu reflektieren, dann muss man ja eigentlich sich mal fragen, wer sind die Teile, was ist der Nutzen und wie könnte das alles erreicht werden? Und das würde ich ganz gerne eigentlich mal versuchen, ein bisschen aufzufächern, damit man das ein bisschen plastischer nachvollziehen kann, welche Idee dahinter steht. Erreicht werden, das sind die Teile, sollen hier natürlich die Mitarbeiter, ganz klar, wenn ich ein Unternehmen habe, es sollen die Geschäftspartner erreicht werden und es soll die Gesellschaft erreicht werden. Und verstehen Sie Gesellschaft jetzt nicht als das Unternehmen, sondern verstehen Sie die Gesellschaft als Ihre Kommune, in der Sie leben, in der Ihre Frau, Ihre Kinder groß werden. Also das ganze Umfeld, wo Sie Ihre Reputation am Ende haben möchte. Ja, wie kann man das machen? Also zu den Mitarbeitern, das ist eine Frage der Personalführung, da kann ich Ihnen keine Tipps zu geben. Das können Sie alle viel besser, weil Sie viel mehr Mitarbeiter haben und die alle ganz genau kennen. Und bei den Geschäftspartnern ist es eigentlich auch so, kann ich Ihnen auch nicht viel zu sagen. Sie haben Ihre Kundenbeziehung wahrscheinlich über viele Jahre und wissen genau, wie Sie das machen in Ihrem Milieu. Es gibt in Hamburg, und das kann man sich immer wieder so ein bisschen noch mal vor Augen führen, das Leitbild dieses sogenannten ehrbaren Kaufmanns. Hört sich nach viel an, aber es sind so ein paar Grundsätze, wo auch einfach Verlässlichkeit ausgedrückt wird. Und die Gesellschaft soll natürlich erreicht werden. Die Gesellschaft soll sehen, dass ich etwas Gutes tue, wie, gut, heute bauen wir keine Kirchen mehr, aber man kann heute auch viele andere Sachen tun. Das ist ganz wichtig. Was ist der Nutzen? Das ist das, was erreicht werden soll. Das ist der Nutzen für diejenigen, die davon profitieren. Das können wir jetzt noch weiter wieder auffächern. Da haben wir natürlich einmal Vertrauen, Reputation, und zwar der Mitarbeiter in die Personalführung, völlig klar in einem Unternehmen, der Partner, der Geschäftspartner in mich als Unternehmer beziehungsweise in mein Unternehmen. Und natürlich die Gesellschaft hat den Nutzen in mich als Persönlichkeit beziehungsweise in mein Unternehmen als Marke. Das Vertrauen, was es mir da entgegenbringt und die Reputation, die ich dadurch habe. Das Nächste, was erreicht werden soll, ist eine Wertschätzung. Die Mitarbeiter sollen sich natürlich dadurch untereinander wertschätzen, also horizontal und vertikal. Auch das müssen Sie oder muss jeder in seiner Firma selber sehen, wie er macht. Da kann ich nichts zu sagen. Das Gleiche gilt auch bei der Wertschätzung gegenüber den Geschäftspartnern. Da sind es am Ende ja die Geschäftsgebaren, die es ausmachen. Aber natürlich gegenüber der Gesellschaft, also gegenüber meiner Kommune, da möchte ich ja gerne, dass die mich wertschätzen, damit sie wiederkommen, damit sie meine Dienstleistung regelmäßig in Anspruch nehmen, mich weiterempfehlen und meine Produkte mögen. Wir sehen das heute überall. Wenn Sie irgendwas gekauft haben, kommt gleich hinterher der Brief. Würden Sie es wieder kaufen? Gefällt Ihnen das? Wie war das? Und dann soll erreicht werden, natürlich eine Stabilität. Eine Stabilität in dem Personalkörper brauchen Sie unbedingt, weil ansonsten wird es schwierig, gerade in der heutigen Zeit. Mitarbeiter sind rar, Gute umso mehr. Sie brauchen Stabilität natürlich in Ihren Geschäftsbeziehungen, wenn Ihr Geschäftspartner freiwillig zu Ihnen kommt, ohne lange immer alle Angebote zu vergleichen, weil er in Sie Vertrauen hat, über viele Jahre und viele Geschäftsbeziehungen funktionieren so, dann hat Ihr Unternehmen eine hohe Stabilität in der Ertragslage und das ist auch sehr wichtig. Und Sie wollen natürlich eine Stabilität haben von der Gesellschaft in Ihr Unternehmen, damit die einfach sagen, wenn ich mir alle zehn Jahre etwas kaufe, dann gehe ich natürlich wieder zu dem, weil der hat das gut gemacht und da habe ich entsprechend das Vertrauen zu. Die Gesellschaft erreichen Sie darüber, dass Sie eben immer ein stringentes Handeln haben, dass Sie eine gewisse Glaubwürdigkeit, eine Stabilität, einen roten Faden in Ihrem Handeln haben. Soziales Engagement, wie kann es denn dann stattfinden? Da gibt es im Grunde eigentlich zwei verschiedene Mittel. Das eine ist finanziell und das andere ist ideell. Sie können das natürlich auch mischen, also sagen, wir machen beides, sowohl finanziell als auch ideell. Das wäre dann wahrscheinlich in der Dargestalt einer Stiftung. Stiftung ist sehr schön, wenn man über größere Gelder redet und auch über größere langfristige Projekte, aber für viele Projekte ist es gar nicht so gut geeignet, weil eine Stiftung auch ein sehr starres Instrument ist. Sie legen sich von Anfang an auf gewisse Leitlinien fest und da kommen Sie dann relativ schwer nur noch raus, wenn Sie irgendwas ändern wollen. Finanzielles Engagement, und das gilt aber auch für das Ideelle, muss immer, wann Sie es tun, langfristig orientiert sein. Es darf nie kurzfristig sein. Spenden an irgendwelche Institutionen oder NGOs taugen da überhaupt nicht dazu, um die eigene Reputation zu heben. Ich selber zum Beispiel betreibe jetzt in der Land- und Forstwirtschaft noch einen Friedhof nebenbei, so einen Begräbniswald und hier wird das Engagement gefächert in einen Hospizverein, wo wir eine Patenschaft übernommen haben. Das ist ein langfristiges Modell, wird mit einem Vertrag besiegelt, gibt regelmäßige Veranstaltungen, gibt natürlich regelmäßig Geld und gibt dadurch regelmäßig gute Nachrichten und das schafft Stabilität und Vertrauen wiederum dann hoffentlich in meine Personen und es schafft finanzielle Stabilität und Vertrauen eben in diesen Verein, der dadurch die notwendigen Deckungsbeiträge hat, um seinen Regelbetrieb zu erhalten. Sie wissen alle, Vereine, die auf Spenden angewiesen sind, die möchten gerne was Regelmäßiges haben, das ist ganz wichtig und so ein Modell der Patenschaft kann man mit vielen Vereinen machen, gibt denen eine hohe Sicherheit und ist dann auch wieder ein Nutzen für alle Teile. Ja, es ist bei finanziellen Sachen immer darauf zu achten, dass es keine Almosen sind. Das macht keinen Sinn, dann können Sie auch das Geld irgendwo anders hinbringen, ins Casino oder so, weil es wird Ihnen nicht gedankt werden. Wenn Sie es einmal kriegen, dann sagt er danke und gut ist und morgen steht er vor demselben Problem. Es muss immer darum gehen, Hilfe zur Selbsthilfe zu schaffen. Sie können lieber das Doppelte am Ende finanziell im Engagement hergeben, wenn Sie dadurch was erreichen, dass sich die Situation nachhaltig insgesamt verbessert und das muss ja letztendlich das Ziel sein, das ist es damals auch gewesen. Die Langfristigkeit, die Dauerhaftigkeit führt eben auch zu dem Vertrauen in die Verlässlichkeit. Verlässlichkeit ist etwas, was wir alle brauchen. Die Menschen suchen Stabilität und je besser wir das können, umso besser ist das. Bei all dem sollte man immer versuchen, wenn wir wieder bei dem Teile für allen nutzen, sich in die Strukturen mit einzubringen. Also nicht einfach immer nur zu sagen, ich gebe, ich gebe, sondern auch zu sagen, ich gebe und ich möchte aber auch Teil dessen sein. Man kann bei Vereinen sich in den Vorstand mit einbringen oder als in einen Beirat. Man kann auch bei Stiftungen selbe Position besetzen. Hat Einfluss dann auf die handelnden Organe und taucht gleichzeitig nochmal wieder auf. Also hat auch noch einen anderen Nutzen davon. Hat die Gründerfamilie auch immer so gemacht und zeichnet sich eigentlich aus, als Möglichkeit in Erscheinung zu treten und alle davon profitieren zu lassen. Hups, das war jetzt eins zu schnell. Ideell sieht es eigentlich ganz ähnlich aus. Auch hier ist die Verlässlichkeit ganz wichtig. Das kann langfristiges Ehrenamt sein, wo Sie dann auch regelmäßig hingehen. Viele, die vielleicht auf dem Land eher wohnen und nicht in der Stadt sind, für die bietet sich eben auch ein Ehrenamt in politischen Gremien an. Ganz wichtig ist immer, dabei zu wissen, dass man sich nicht unbedingt in reinen Lobbyverbänden organisieren muss. Müssen wir auch, tun wir auch. Das ist auch wichtig für die unternehmerische Tätigkeit, aber bringt einem überhaupt keine Reputation innerhalb der Gesellschaft. Kann unter Umständen, je nachdem, was es dann für einen Verein ist, auch zu negativen Auswirkungen führen. Das würde dem komplett entgegenlaufen. Aber ehrenamtliches Engagement wird immer gezeigt, gerne gesehen, wird respektiert, schafft eben auch hier wieder die Darstellung zur Verlässlichkeit, schafft das Vertrauen und Sie werden dann auch andere Mitarbeiter überzeugen können, ebenfalls ehrenamtlich tätig zu werden, vielleicht in anderen Bereichen, sei es in der Schule, sei es in der Feuerwehr oder ähnlichen Geschichten. All das ist wichtig, um dann wiederum als eigene Unternehmerpersönlichkeit in der Gesellschaft positiv wahrgenommen zu werden und seine eigene Reputation zu steigern. Ja, das sind eben die Perspektiven, die daraus entstehen, wenn man sich entschließt, so etwas zu tun. Es muss sehr, sehr langfristig sein, anders kann es nicht ausgelegt sein, wie ich schon sagte, die Gründerfamilie hat das über 200 Jahre gemacht, über viele Generationen. Wir tun das heute immer noch weiter. Mit so fünf Jahreshorizonten braucht man da gar nicht anzufangen. Verlässlichkeit schafft Vertrauen, das wissen wir alle. Wenn ich jemanden habe, auf den ich mich verlassen kann, dann vertraue ich dem und je öfter das gut geht, umso besser. Verlässlichkeit und Vertrauen sind Grundbedürfnisse der Menschen. Vertrauen schafft Sicherheit, weil wenn ich darauf vertrauen kann und dass alles so funktioniert, wie ich es erwarte, fühle ich mich sicher. Bin wahrscheinlich sogar sicherer, weil ich mich darauf verlassen kann, dass die Dinge funktionieren. Und Sicherheit schafft Stabilität. Und Stabilität ist für unser gesellschaftliches Umfeld und für unser Dasein eine ganz wesentliche Komponente. Wir können es, glaube ich, alle ganz gut wahrnehmen im Moment, wo die Stabilität so brüchig ist, wie im Zeitalter des Brexits oder mit der AfD oder ähnlichen Geschichten, wo wir alle nicht wissen, wie wir gesellschaftlich da so hundertprozentig mit umgehen sollen. Ja, das sind so ein paar Denkansätze, wie wir das heute machen, wie die Familie das eigentlich über viele Generationen gemacht hat. Was hatten meine Vorredner schon gesagt? Die Moderation. Es gibt noch einen Kaffee, um das wieder zu komprimieren. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus Applaus Vielen Dank.